Anpfiff zum ersten Fußballtraining des Integrationsprojekts Fremd wird Freund in Augsburg. Die Initiative in Safe Hands e.V. möchte benachteiligte, einheimische und geflüchtete Kinder durch den Fußball verbinden. FCA-Torhüter Andreas Lute ist mit Herz und Seele bei der Sache. Das macht süchtig. Nach dem Start 2015 ist das etwas, was wir nicht mehr missen wollen. Einfach diese leuchtenden Augen, wenn es dann auf den Platz geht. Fußball hat relativ einfache Regeln, ob Mädchen, Junge, egal welche Herkunft. Es ist klar, wie Fußball gespielt wird. Und dann kommt es einfach nicht mehr darauf an, woher man kommt. Man kickt einfach zusammen. Das gemeinsame Training soll in Zukunft wöchentlich stattfinden.